ich mache jetzt mal folgendes ich gehe darunter an die hauptkreuzung hier hin und dann gucken wir uns jenseits der grenze um und bringen die speer mal zum also die spione zur elfenstraße und gucken was passiert es kann auch einfach sein dass wir nur die spione hinbringen müssen und das dann andere aufgaben auf uns warten weil bis jetzt sehe ich auch nirgendwo eine quest aufkloppen und das sind auch die einzigen orte wo wir quests annehmen können so 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 Wie gesagt, werden wir sehen, wenn es so weit ist. Also ja, hier ein... machen wir hier einen vernünftigen Safe mal wieder. So. Zum einen interessiert es mich, was hier drüben ist. Also ja, das hier sieht auch aus wie ein... das sieht aus wie ein Schießstand, im Gegensatz zu dem Ding da drüben. Wir sind Level 4 mittlerweile. Also für mich zählen die Level hier die Punkte. Sozusagen starten wir auf Level 0. Wir verteidigen das Land bis zum bitteren Ende. Wir dienen dem Imperium. Milizanführer. Äh, wer greift da an? Well, we don't know. Go where? Catch this! It shall be done. It shall be done. Huh? Ha! 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 Irgendwelche Geister, die in dem Baumgebiet verpackt sind. Okay. Wir sind fast da. Wir sind fast da. Ha! Uh-huh. Well, we don't know. Yes. Gut, keine Ahnung, was hier da hinten. Oh, Dov macht uns ein Angebot mal wieder. Hm, okay. Well, we don't know. Yes, sir. On to victory. No problem. Yes, sir. Ready. Okay, dann kommen Steine jetzt mal zu dir. Yes. Good. Well, we don't know. Irgendwer anders noch? Irgendeine Quest für mich? Seh nicht da noch aus. Hm. Hm. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wer den Schießplatz zerlegt hat. Übungsgelände. Wird hier wahrscheinlich auch ein Übungsgelände sein. Und ja, hier ist ein Elfenaußenposten. Ready. We're almost there. Hi. Rent. Well, we don't know. Catch this. Kill whom? Ready. Good. Okay, das ist ein bisschen arg viel. Wer mein Magier stirbt. Okay. Gut, okay, die Sachen sind gerade da. Ready. Well, we don't know. Good. Hm. We're almost there. We're almost there. Also, den Magier verlieren ist das Schlimmste, was passieren kann. Ganz ehrlich. We serve the... We serve... We'll defend our... We're almost there. We're almost there. You're a dead man. Huh? Huh? Well, we don't know. Ja, die Speer sind tot. Okay. Das ist jetzt blöd. Äh. Ich sollte einfach meine Paladine nehmen, sie da vorne hinstellen mit einem Feuerschild. Die Elfen verfluchen ein bisschen. Und die Schützen dann drauf schießen lassen, also sozusagen die Paladine als Kugelfang benutzen. Hm. Also die erste Mission zieht sich mal wieder. Ja, aber hauptsächlich, weil ich so unfähig bin. Was zur Hölle? Wo geht's hier denn hin? Einfach nur ein Loch am Ende der Welt. Hm. Uh-huh. Okay, dass sie einen Paladin töten, das war auch nicht gedacht. Dass sie alle Paladine töten, war nicht gedacht. Ja, Sir. Wir sind fast da. Weißt du was, ich lasse diese Feen da einfach. Die nerven mich nur. Ich komme nicht an sie ran. Sie sind übel stark. Viel zu stark. Meine Truppen schießen in den Boden vor sich, weil sie einfach nicht im Bogen schießen können. Hm. Aha. Hm. Aha. Gut. Ich will jetzt erstmal einfach wissen, was passiert. Ihr hört mein Klatschen wahrscheinlich. Was passiert, wenn wir die Speer zur Grenze gebracht haben? Die wollen schon mal ein Gift von der Ogre-Hütte. Ah, Jungs. Das locken wir die erstmal an. Hm. Aha. Ach, die haben das Holzschneid für die Goblins. Toll. Was passiert, ja? Was passiert. We're almost there. Ready. Wo? Well, we don't know. Uh-huh. Okay, die sind schon wieder zu doof zu treffen Jetzt müssen wir warten, bis das Ding verschwindet Verlangsam sind sie auch noch alle So, Feuerball ist wieder aufgeladen Wir sind schon wieder da Aufwärtschreif Aufwärtschreif Ich, und nur ich Ha! Ja, es wird getan Was? Kill sie alle? Ich kann nicht schneller Ja, sicher Ha! 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 Ha!